Dieses Objektiv ist keine Neuigkeit, allerdings ist das Objektiv mit diesem Anschluss eine Neuigkeit. Und zwar das 27mm f1.2 für den Sony E-Mount. Und das hier ist ein APS-C Objektiv mit 1,2er Blende. 27mm x 1,5 kommen wir zu einer wunderschönen Alltags-Immer-Drauf-Brennweite. Und ich finde das Objektiv von Viltrox in der Pro-Version einfach rundherum gelungen. Das Objektiv hat einen wahnsinnig guten Touch. Es ist sehr solide verarbeitet, Metallfinish. Es hat einen Blendenring, der klick- und deklickbar ist. Für mich persönlich das Schwachsinnigste an Fotoobjektiven überhaupt, aber kann natürlich auch für Videoaufnahmen verwendet werden. Es hat hier außen einen Funktionsknopf. Das Ganze sieht man an der Gummidichtlippe in leichtem Rot gehalten. Es ist Wasser- bzw. Spritzwasser geschützt und staubgeschützt. Es hat eine entsprechend weitwinklige Blende, also eine Gegenlichtblende. Und es hat einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig tolles Finish. Diese Blende 1.2, die macht mit APS-C Kameras das, was ein 1.8er Objektiv auf Wolfmart ist. Und das ist eine Besonderheit, weil damit kann man richtig arbeiten, richtig aktiv freistellen. Und die Fotos, die damit entstehen, gerade auch Porträts und so Reportagesachen, die können auch bei wenig Licht aufgenommen werden. Also nochmal kurz als Zusammenfassung und als Klarstellung. Die Blende von 1.2, das ist die Lichtstärke. Allerdings ist der Look, der dadurch entsteht, ein Äquivalent von Blende 1.2 mal 1.5. Und 1.2 mal 1.5 ist 0.6, 1.2 ist sehr sauber, 1.8. Das bedeutet also, 1.8 ist das Äquivalent. Und damit kann man mit APS-C Kameras, zum Beispiel der, der wir dabei haben, die Alpha 6700, aber natürlich auch eine Alpha 6400 oder Alpha 6000, wahnsinnig schöne freigestellte Aufnahmen machen. Die optische Leistung ist wirklich vorzüglich. Gerade auch Gegenlicht, haben wir ja hier sehr viele jetzt die Woche gehabt. Es ist sehr verträglich und es macht einfach rundherum sehr viel Spaß zu fotografieren. 27 mal 1,5, das ist natürlich wichtig, gibt dann also etwas über 35. Um es genau zu haben, muss man einfach einen Taschenrechner benutzen oder hier auf das Display gucken, weil da wird die Zahl eingeblendet. Das ist so eine Linse, die ich von der ZF genial liebe und auch die Brennweite, die ich total liebe. Und das ist entsprechend so dieses 40mm Ding, was ich gerade sehr alltäglich finde. Es ist kein 35er, es ist kein 50er, es ist irgendwas dazwischen und das finde ich einfach wahnsinnig toll. Also, in dem Fall 27mm 1,2, absolut empfehlenswert. Eine mit der besten APS-C Linsen, die ich überhaupt kenne. Formula 7,2, absolut gerechtigt. Untertitelung des ZDF, 2020 manuel Bill von CIN. PS3 bill von CIN. hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vielen Dank.